Heute gegrüßt alle zusammen und herzlich willkommen zur 666. Folge vom Let's Play am C2 der Unipro Simulator und mir auch Jürgen Rieser. Herzlich willkommen zurück von der Thüringenhofer auf der Karte Dissert Version V3. Wir fahren mit der Linie 740. Sie führt uns von Frauenburg, CDUB nach Solingen, Bahnhof Kesselburg. Weiter dauert um die 15 Routen. Unser Fahrzeug ist der Skander CityWide NG14. Drei Türe Gelenkbus. Wir fahren im Betrieb ZF Ecomart. In der Beschreibung steht ZF Ecolife. Wir fahren im Kromenamt 2019 Shuttle Repaint. Erstmal seit Stuttgart. Wir fahren direkt los und wünschen viel Spaß bei der Fahrt und wie immer gute Unterhaltung. Abfahren! Bahnhof Buchholz Bahnhof Buchholz Das war's. Geht es Ihnen los oder soll ich Ihnen abrufen? Wir können ja kaum die Spur halten. Seid Sie einfach gleich dahinten, dass wir nicht nur gefahren. Ja, erstes links, jetzt rechts wieder unten. Ich hasse diese Kai. Ich kippe meinen Hacker ab. Sehr geehrte Fahrgäste, ich herzlich willkommen von der Linie 740. Sie führten uns von Frontenbüro ZUB nach Bahnhof Kissebrock. Mein Name ist demnächst, ich bin heute geschätzter Bussfahrer. Und wenn es die Sicher- und Farmsabschluss-Shirts schöner Leaszeit begleiten. Für solche Fragen oder anderen können Sie gerne erteilen Sie mir von der Kompetition-Shirts, bevor Sie da zur Verfügung. Aber bitte nirgst mich nicht mit irgendwelchen Fragen. Ich habe mich auf die Frage von der Busser-Shirts und Schatz-Shirts-Shirts gezwungen preparativen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Bahnhof, Buchholz, Bahnhofsvorplatz. Oh, Gott. Ressau, Pappinghof. Das ist schon 25 Grad. Oh, Gott. 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 Oh. Oh. Oh, Gott. Prissau, Prissauer Platz. 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 Prissauer Platz.